. 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 Die Heavy Trolls war euer. . . . . . . Beste Band der Welt. Beste Band der Welt. Wer hat Bock auf einen Döner? Hat jemand Bock auf einen Döner? Oder was anderes? Da hinten? Hier, was? Döner oder was anderes? Was anderes. Dann ist das ein Fall für? Döner! ucc feel mit drove. Schöner Man. D кош, ich brauche hier einen schönen Bilderrahmen. Hast du sowas? Das habe ich gedacht. Wirklich? Nehme ich mit. Äääääh... Ein feuchter Anführbar, super! Jüchse, bis zum nächsten Mal. Tschüss, zurück ins Studio. Das ist wirklich, also, das ist schön. Das ist wirklich schön. Ganz, ganz liebe Grüße von Söhn, Armeen. Hier, hier besorgen alles. Ist schön, oder? Mann, ist der schön. Herrschaften, Trauschaften, alle Schapfen. Es wird ernst, kurze Frage, haben Sie sich den 12. November schon notiert? 12. November, was ist da? Wer weiß es? Vogue-WM. Da ist die Vogue-WM, ganz, ganz wichtig. Wir sagen auch gerne Vogue-WM, aber es ist die Vogue-WM. Wenn es noch nicht in Ihren Kalender steht, Dalli-Dalli, bitte eintragen. Wird nämlich geil, ich fange auch bald mit dem Trainingslager an. Aufgeregt. So, und die Vogue-WM findet ja am 12. November statt. Das ist der Auftakt zum großen WM-Winter. Ich möchte Ihnen jetzt was zeigen. Das war aber jetzt noch lange nicht alles. Denn es kommt noch viel, viel krasser. Meine Damen und Herren, neben der Vogue-WM und Fußball-WM kommt die einzig wahre, politisch korrekte, in einem moralisch vertretbaren Land stattfindende WM in diesem Jahr. Die Autoball-WM. Autoball-WM. Meine Damen und Herren, am 16. Dezember, am Freitag, vor den Fußball-WM-Endspielen, findet in Hannover die dritte Autoball-WM des Universums statt. Und ich sage Ihnen mal so, da kann Weihnachten so was von einpacken. Aber hallo! Acht Nationen. Die alle nur eines wollen. Den Pokal. Der Auftakt zur Fußball-Weltmeisterschaft. Entfacht ein Feuer. Der Hexenkessel ist bereit. Die ersten TeilnehmerInnen bringen ihre Fahrzeuge schon mal auf Hochglanz. Die Autoball-Weltmeisterschaft 2022, am 16. Dezember, live aus der ZAG-Arena in Hannover. Tickets unter autoball-wm.de Also Tickets sichern. Wog-WM. Fußball-WM. Autoball-WM. Wer braucht dann noch Geschenke? Wer braucht dann noch Geschenke? Fangen wir hin, ne? Fangen wir hin. Also ich fahre auf jeden Fall hin, denn ich fahre für Deutschland. Nice. 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 Ja. Ist so.